Hi Leute, ich bin's Albert von WPRR.de und in diesem Video werfen wir einen Blick auf die Windows 10 Technical Preview für Smartphones in der Bildversion 10.080, wo neben den neuen Office-Apps einige Einstellungen sowie der überarbeitete Store hinzugekommen sind. Die erste größere Änderung, die sofort ins Auge sticht, befindet sich aber am Startbildschirm. Die Live-Teils sind nun etwas näher zusammengerückt, was aber nicht wesentlich mehr Platz bringt. In den Einstellungen lässt sich der Hintergrund nun auch unter die Live-Teils setzen, sowie auch deren Transparenz festlegen. Die Option, den Live-Teil-Hintergrund wie bisher als Parallax-Effekt festzulegen, ist weiterhin enthalten. Die neuen Office-Apps sind allesamt im selben Design vorhanden und können aus dem neu gestalteten Windows-Store heruntergeladen werden. Deren Interface ist zwar bei weitem nicht fertiggestellt, viele Buttons funktionieren beispielsweise noch nicht und die App läuft kaum stabil. Allerdings orientieren sie sich komischerweise noch nicht an den neuen Designvorlagen von Windows 10. Bei Word, PowerPoint und Excel findet man im oberen Drittel lediglich den Namen der App, was durchaus an das bisherige Metro-Design erinnert. Erst wenn man unter Word oder PowerPoint ein Dokument erstellt, findet man oben links das neue Hamburger-Menü. Die drei Menü-Buttons unten rufen nun die Formatierungsoptionen auf, was man im Vergleich zur bisherigen Lösung als hervorragend bezeichnen kann. Es ist allerdings noch sehr offensichtlich, dass keine der Apps bisweilen gut für das Smartphone optimiert ist. Vor allem das ständige Zoomen und Verschieben des Dokuments würde zumindest derzeit das Arbeiten mit den Apps sehr erschweren. Sie sehen aber bereits jetzt sehr vielversprechend aus. OneNote ist vom Interface her dagegen ganz anders aufgebaut und folgt den bisher noch unklaren Designprinzipien von Windows 10. Öffnet man die App, bekommt man eine Liste der zuletzt verwendeten Seiten präsentiert. Oben links findet man das Hamburger-Menü und unten rechts einen runden Button zum Erstellen einer neuen Seite, was uns doch sehr stark an die Vorgaben des Material-Designs für Android 5 erinnert. Die Dokumentenansicht ist im Vergleich zu Word und PowerPoint deutlich simpler, was auch den Zweck von OneNote verdeutlicht. Es gibt kein komplexes Menü mit zahlreichen Formatierungseinstellungen, sondern lediglich eine Liste, in der man Bilder, Listen, Checkboxen und Anhänge hinzufügen kann. Stabil läuft die App bisher allerdings nicht und so konnten wir noch keine einzige Zeile damit schreiben. Der Store unter Windows 10 am Smartphone orientiert sich stark nach dem auf dem Desktop. Das gesamte User-Interface ist in ein langweiliges Grau und Weiß gehüllt. Oben links befindet sich das Hamburger-Menü, wo die Kategorien sowie die Einstellungen zu finden sind. Mit Tippen auf den Button rechts oben lässt sich die Suchleiste aufrufen. Darunter findet sich eine Auflistung an vorgeschlagenen Apps, geordnet nach den unterschiedlichen Kategorien. Nahezu jede dieser Unterteilungen lässt sich auch horizontal scrollen, um so weitere Apps anzuzeigen. Sämtliche Infos bei der App-Ansicht werden nun untereinander angezeigt, was zumindest aktuell noch etwas chaotisch und unübersichtlich wirkt. Neu hinzugekommen sind ebenfalls die Musik- und Video-Apps, deren Preview-Versionen sich über den Windows Store unter Windows 10 installieren lassen. Die Musik-App ist mehr als einfach gestaltet. Oben befindet sich die typische Leiste mit dem Hamburger-Menü links und dem Suchbutton rechts. Darunter wird die Musik nach dem jeweils ausgewählten Kriterium sortiert. Im Hamburger-Menü kann zwischen Songs, Alben, Playlists und der aktuellen Wiedergabe gewechselt werden. Außerdem finden sich dort die App- und Account-Einstellungen. Die Video-App sieht im Wesentlichen nicht anders aus. Mit dem Unterschied, dass sich im Hamburger-Menü nach Videos, Filmen und TV-Serien sortieren lässt. Langsam ist unter Windows 10 auf dem Smartphone zumindest ein dünner roter Faden zu erkennen. Als homogen kann man das Interface immer noch nicht bezeichnen. Das Design der neuen Office-Apps spiegelt den Versuch wider, Metro doch nicht gänzlich sterben zu lassen. Und es ist kaum nachzuvollziehen, weshalb man die platzverschwendende Leiste mit der Pivot-Überschrift beibehalten hat. Wenn man ihr doch durch das Entfernen der Navigation durch Wischen nach links und rechts den Sinn geraubt hat. Auch die Hamburger-Menüs decken in manchen Apps alles darunterliegende ab. In anderen dagegen lediglich drei Viertel des Interface. Es scheint so, als wüsste Microsoft noch selbst nicht genau, was man machen will. Aber anscheinend geht alles in Richtung Android. Ob es uns gefällt oder nicht.